Heute geht es um Parfüm-Dubes, und zwar das lilane Parfüm-Déodorant von Balea, Golden Moon, ist ein Deo-Dubes zu Alien von Thierry Mugler. Dann das rosane Parfüm-Déodorant von Balea, Pink Blossom, ist ein Deo-Dubes zum La Vie est Belle von Lancôme. Und zuletzt das goldene Parfüm-Déodorant von Balea, Pure Elegance, ist ein Deo-Dubes zu Chloé oder Armani, laut Lubella, der Beauty-YouTuberin. Das war's, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, Daumen hoch, und abonniert meinen Kanal, das ist völlig kostenlos, und so verpasst ihr keine meiner weiteren Videos mehr. Das war's, tschüss!